Hallo alle zusammen, mein Name ist Sarah vom Autos an der B13 und heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Und zwar zeigen wir euch heute, wie man denn den Maxus als Nutzfahrzeug auch als Privatperson in den Sommerferien nutzen kann und was man aus dem Laderaum denn noch alles zaubern kann. Viel Spaß! In Audio In Audio Lasst uns gerne wissen, was ihr von der Idee haltet und schreibt uns in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal!